Ja, wir sind hier auf dem Hof von Ferenc Maté. Wer ihn kennt vielleicht aus den Büchern, der wird diese Landschaft jetzt genießen. Der wird das bekannte Haus genießen, vor dem ich jetzt gerade sitze. Und ja, die meisten oder viele werden ihn vielleicht nicht kennen, aber Toskana-Liebhaber werden ihn auf jeden Fall kennen. Und wir haben hier auch eine Weinverköstigung gemacht. Und das ist das bekannte Haus, was man im ersten und zweiten Buch belesen kann.